So, einen wunderschönen Wünsch euch zurück von mir aus hier. Ich bin der Joe, ihr seid auf dem offiziellen Kanal vom Schloss Grabenfest. Ohne langes Rumgerede fängt das Video an, wo das gestern aufgehört hat. Das bloppt oben jetzt gerade auf und ja, hier wird das Video enden, nämlich an der Integra Club Area. Und jetzt kommt der Einspieler und dann geht's los. Viel Spaß! Hi, wir sind das Jan-Jansson-Quartett, spielen heute auf der Britz-Bühne und haben unsere neue CD mit dabei, Tags & Prax. Wir frönen dem Jazz und freuen uns schon auf das Konzert. Gude! Bevor wir es vergessen, wir waren gestern auf der Sparkassenbühne mit All We Know, mit einer Metal-Band. Und heute kommt unsere neue Schallplatte raus, die gibt's auf Bandcamp zu kaufen. Hört mal rein, Rock'n'Roll! Was geht's denn gerade? Hallo, grüßt euch. Wir sind Henry & The Waiter. Hi! Wir spielen heute auf dem Schloss Grabenfest hier in Darmstadt und freuen uns riesig auf der Sparkassenbühne. Dankeschön! Hallo! Wir laufen! Okay, kurz vor der Show, kurz vor der Show! Kurz vor der Show, Joe filmt uns wie immer. Wir gehen auf die Bühne. Wir sind excited! Es ist der Heide Schloss Grabenfest 2019! Hier ist unser Special Guest, das ist der Special Guest! Special Guest, sieben! Und heute habt ihr schon mal so ein Jackett gesehen? Habt ihr schon mal so ein Jackett gesehen? Es geht nicht ums Jackett. Es geht nicht ums Jackett, sondern es geht um die Message. Freunde, wir freuen uns auf euch! Ich hoffe, ihr freut euch auch! Bis gleich! Bis bald! Bis eben! Bis dann! Sonst scheinen sie sonst weinen sie nicht! Hey, hier ist euer Sorgenkind hier am Schloss Grabenfest in Darmstadt. Wir kommen aus Düsseldorf, haben wunderschönen Hip-Hop und Pop für euch dabei. Ich freu mich, wenn ihr alle dabei seid. Ich freu mich, wenn ihr vor der Bühne steht, mit uns feiert. Wir reist jetzt ab und wir sehen uns gleich! Darmstadt! Los geht mir deinen Kopf, ich geb dir meinen. Jede Angelegenheit wird nun bequem geteilt. Als Kind war das ne Selbstverständlichkeit. Doch haben wir das wohl vergessen mit der Zeit? Yo, was geht ab? Hier ist Mike Singer hier in Darmstadt beim Schloss Grabenfest. Ich freu mich, hier zu sein. Geile Stimmung. Wir haben alle Bock. Heute wird auf jeden Fall zerstört, ey! Schloss Grabenfest 2019. Ich bin Marcel Gafke. That's it. Wir sind jetzt ebensoale. Liebe so Leute, ich bin der Welt zu hören, die du von uns geimpft Terminade ist, ich habe die Zeit, die wir ganz bewusst, wie wir neben uns geimpft, dass du dich auch in boughten Konink研. Ich bin der Welt zu hören und vorstelle. Und wie jede Zeit da! Du bist du möchtest! Und wie geht's! Du bist du bist wann und nicht ausger kicks. Du bist du bist! Und du bist du bist? Du bist du bist!